warum komm ich nicht raus? Weg hier! Nein! Ich bin gestorben! Warum bist du tot? Oh Mann! Du bist gestorben, bevor das Auto existiert ist! Ja, irgendwie... Ey, wo soll ich hinkommen? Wo ist das? Äh, ich hab keine Ahnung. Mein Auto ist weg! Wer hat hier mein Auto verpackt? Oh, ich hab das nicht mehr auf der Straße gepackt sind. Nein, oder? Das ist nicht in ihr Ernst! Schade, wo wir zwei zwei Autos geparkt haben, da ist jetzt ein Zaun. Das ist so ein undurchdringbarer. Ich muss gerade gucken. Slash-K-Lock. Warte, ich mach mal kurz Vlog und bis gleich. So, da sehen wir wieder. Ich hab jetzt einfach kurz Vlog, damit ich wieder hier bin. So, ja, hinten haben wir Autos geparkt. Hol mal dein Auto, warte mal! Hast du dich auch mal eingemietet? Niklas, der Zaun war übrigens schon vorher da. Ähm, könntest du mich kurz zur Tankstelle fahren? Hol ich mir kurze Kordister und kannst du mich dann wieder zurückfahren? Ja, mach ich. Warst du an der Aufnahme, wo ich das gemerkt hab, dass mein Tank leer ist? Nein. Nein. Mein Tank ist leer. Ich hab aber ja klar, das hat noch niemand verstanden. Wo bist du? Ich komm. Ey, die Zaun kann man übrigens ganz einfach durchfahren. Mach auf! Ist auf! Mach zu! Mach zu! Du bist drin. Du bist mir ein blöder Depp daneben statt. So ein BSN, dann die Tankstelle, du Idiot! Warte, ich bin bei Notwerklingels. Eine Sekunde! Da machst du dein Motor aus. Was? Ja, einfach mal zeigen. Ja. Es ist bei, mit, die Leute, die bei FBI oder so mit die Kiebein, das so geil. Sie sprechen mit dem und dem, was möchten sie? So ein Kiebein dafür, Auto zu spüren, so wär cool. Ja, kannst ja machen. Fahr weiter! Ähm. Nein! Nein! Ähm. Nein! Mann, Mann! 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 aber kann ich nicht fahr jetzt damit die treu ist aber stolz auf mich hier ist ein Blitzer mit doofi das glaube ich denn nicht sie sind noch problem im Ernst der Park zu haben Kassel der Waffe Kassel der Waffe Nein ja sonst hätte ich ihn schlecht getötet und wir sind die Blöden ne ja danke ich kann im Auto bleiben ich kann im Auto bleiben fahren die Tankstelle ah ne da drüber ist das I Diesel Benzin super koste 15.000 du bist jetzt nicht genügend Geld Nein wie viel Geld hast du sag wie ist der Befehl für Kanister ich hole dir ein Slash Kanister kaufen auseinander geschrieben ja Slash Kanister und ein letzter einkaufen dann super bitte alter wenn er mit den 15k dabei keine Ahnung ist irgendwo ein Automat ja ne gut fahr mich hin ist nicht wo ist hier ein Auto ah ne Bank ist ein Automat genau bleib stehen oh scheiß ich hab ich bin dann vorbeigefahren den hatte ich gemeint ich hab nur verpeilt dass der hier ist 15 ah ne meine Pin ist nicht 15.000 15.000 15.000 ich hab mir 15.000 neuerkommst ich hab die beste Ping von 44 ja ach hab 67 auf diesem Server hab ich nicht gute Ping auf der App gesetzt ne das ist immer natürlich gestern so einen geilen Ping genau in die Kommentare auf der TTT oder Garrys Motto all die Videos ergeben ein Müsstert ja komm mal ich hab erst gar nicht gecheckt dass das auf muss okay warte ich falsch zurück zu dem Auto Tankstelle Tankstelle dachte du willst ach ja warte du musst auch ah alles wird klar aber wenn uns gleich mit Melikopter abgeholt dass ich hier den Geld zur Seite behindert 15.000 15.000 auf der Hand ich habe 15.000 auf der Hand ich will jetzt super 40 Lerner Kanzler Kante 15.000 und ich besitze ich hier in Geld weil 2005 wurde das für die 5.000 Scheiße jetzt habe ich mit Dieselkanister gekauft ja wir fahren mit meinem Auto schau mal kurz ob das bei mir auch reingeht kann man das abschleppen slash Service Ohramt klar kann ich das abschleppen lassen lass einfach probieren vielleicht kommst du weit genug nein du schiebst mich du schiebst mich okay oder denkst du der Sprit kostet weniger wenn das Auto da steht ich kenne jetzt eine Ordnungsamt rufen und mir das Auto abschleppen lassen ich probier's einfach mal ist die Notrufzentrale eingegangen im Fall jetzt versuch mich mal auch zu schieben ich steig ein ich pack den Kanister da rein bis da oben reicht das schon äh es ist ein Ordnungsbeamter unterwegs ja slash Kanister ja ja 19 son dauert 10 Minuten oh mein Auto fährt jetzt mit Diesel ja ich sag doch das geht what the fuck an der Tankstelle geht das nicht slash komisch sind es jetzt das Auto nicht was du da drin hast es ist das hier die Tankstellen Leute weil Diesel ist billiger da hab ich keinen Bock drauf I drive wo hast du nicht die geile Unterwohnbeleuchtung keine Ahnung fahrt das Ordnungsamt ist hier auf dem Weg ich will nicht da oben stehen fahr jetzt ich weiß nicht wo ich hin muss geradeaus wir fahren auf der falschen Spur nein hier darf man fahren das ist links hier darf man aber fahren hat mir äh Dings erzählt Money du darfst hier auf auf RPG vielleicht es geht nicht mehr geradeaus links rechts könntest du vielleicht ein bisschen näher sagen nein dann ist es lustig lass mein Auto hüpfen lass mein Auto um die Gruppe hüpfen dann gibts um warte mal ich bin nicht so schnell wie du hier parken lass mich und selbst im Motor der Skala hey der ist der Partie Stier 88 oh hey hey hau das ist mein Kopf du hey hau das ist mein Kopf du hey hau das ist mein Kopf du was ist dieses Ding das heißt du hast mich getroffen das ist der Hitsound ja das jetzt komm wer hat denn angefangen mein Auto zu zerstören lass das jetzt äh das das ist es das ist das ist bei den